Weißt du das? Wieso denn? Ja, weil es so eine Ecke witzig ist. Weil es so ist. Ja, weil es so ist. Ja, weil es so ist. Ja, weil es so ist. Ich habe auch keinen Sex. Ich sage nicht, wenn es so ist. Schaufsager! Schaufsager! Ja! Schaufsager! Ja, warum denn? Wenn ich nicht habe, ist es nicht zu sein. Und dann habt ihr gewonnen zu schauen? Ja, die ist in mir als Scheidegang. Ja, da sind viele, weil. Habt ihr gewonnen zu schauen? Ja, es gibt andere, weil die lassen sie bis 14 Tage vor der Schwangerschaft kudern. Ja! 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 Sabine, was sagst du dir über das Thema? Ich höre mich nicht aus. Was da der Gerhard so vom Stapel hat. Der Gerhard. Also, wenn ich da den Bauinger Gerhard jetzt, der da. Da hast du den Pans noch nicht ausgeregt. Wenn du nicht schwängert, die Sabine. Dass du nur 14 Tage bist, beim Termin noch ficken lassen und du möchtest mein Wein. Ja! Ja, wahrscheinlich schau, weil ich möchtest es hinlaufen können, oder? Hm! Ja! Das beste Hausmittel! Ja! Sagen wir euch! Oder ich geh für seine Gäste hinaus und geh für den Gäste rüber. Und dann schau, dass du den Gäste fährst. Ja! Und dann schau, dass du den Gäste fährst. Dann flutschst du so ganz vorne alleine. Ja, genau! Sehr richtig! Aber ich weiß, was ist das richtig. Aber ich weiß nicht, das ist das Problem nicht. Ist das das Erste, oder? Ja! Ja, was da halt sind Leute, die waren keine Wälderinnen und haben keine zu piken für ihn. Ja, das ist ja nur ein Problem! Wollen wir mal, wie das soll geworden ist. Wollen wir mal! Wollen wir mal! Wollen wir mal? Wollen wir mal! Wollen wir mal! Wollen wir mal! Was aber das an, ich hab' bei vielen Freunden gesagt. Ich hab' jeden Freunden gesagt. Oh! Wie hast du mit der Ollen angeschaut, oder? Da haben wir es jetzt erworben. Genau, passt nicht. Ich steigere mich nicht rein. Ich steigere mich nicht rein. Nein, du gehst nicht rein. Du steigert mich nicht rein. Das letzte, was ich nicht steigert, ist der Fußballplatz. Nein, nein, das ist nicht gegangen. Es ist am Test gegangen, dass du zu mir gesagt hast, du kriegst noch eine Minute. Nein, nein, nein. Ich hab nicht gesagt, das hast du dein gesagt. Wie soll ich nicht noch geheim machen? Wenn er zwei mal eine raus tut, wie soll ich nicht noch geheim machen? Ja, dann hab ich das erklärt. Dann hast du gesagt, du hast schon drei Monate geheim. Nein, ich hab das nicht gehört. Ich glaub eh ja. Wenn ich drei Monate nicht mehr hab, dann tu ich nicht einmal zwei mal eine. Aber das ist wie ein Staubsaugersackel. Das geht einmal aus im Jahr. Nach drei Monaten. Genau. Schmeißer. Ich geh auf meine Tür. Hey, drei Monate, das ist ein Gegensatz. Entweder du. Entweder du kriegst oder so reichst oder so. Lass mich nicht rein. Und der Männer. Schau rein. Was sagt Männer? Schau doch mal. Ich bin ja der Deppene, weil ich so. Ich hab nicht gesagt, du bist die Deppene. Ich hab ja die Gute. Ja, das hab ich halt auch gehört. Ja, aber drei Monate. Einmal wieder kein Zeck. Wirklich lieber. Da hab ich auch noch mal nicht mehr. Da wird zehnmal glücklicher wie einer, der was in drei Monaten hat. Ja, das ist doch der Romana, das muss man sagen, wenn ich in der Trottel war. Dabei tut ja jeder andere andere, der eine, ich hab's tun, der andere nicht. Ich wiesig das gerne. Ich wiesig das gerne. Ich wiesig das gerne. Das ist schön gesagt, dass ich für Bubenprobleme gehe. Ich habe keine Probleme. Ja, dann bitte. Du mit deiner Sexualität. Ja, dann bin ich hier, einer braucht's, einer meiner hier. Genau. Mario, wie oft brauchst du das? Sechisch. Ja, wie oft in der Firma? Du wirst auch nicht jeden Tag eine andere haben, oder? Oder nirgends eine? Ja, schon, oder die Leckerei, die Leckerei, die Leckerei, die Leckerei. Ich red's doch mit dir schon. Oh, nein, nein, nein. Ja, nein, nein. Ich hab da aufbezielt, ich weiss, wenn da auf wird, oder so. Ich will, dass der Pound einslopft. So, warte mal. Wer hat denn jetzt abschließend die Worte gehört? Was ist das Resümee aus dem Ganzen? Ja, genau. Dass er jeder Haferer wichst, mindestens dreimal täglich. Nein. Wir warten, wie es soweit ist. Der Pound hat sich ja noch nie in seinem Leben wichst. Das hab ich nicht gesagt. Aua! Also, Rainer, du wichst oft und gerne. Das ist der Teut nicht. Das ist der Teut nicht. Das wichst, wie du? Das ist der Teut nicht, oder wie ich so? Ja, gut. Wie oft? Daniela, wie oft wichst du so im Schnitt? Wie oft wichst du so im Schnitt? Alter, du bist aber lobt. Wie oft wichst du so im Schnitt?